Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum Event-Management-System. Am Ende eine Web-App, mit der man Events organisieren kann, mit der man mit verschiedenen Vortragenden beispielsweise kommunizieren kann und auch noch relativ viele Abläufe in gewisser Weise automatisieren können. Dieses System habe ich selber entwickelt im Sommer und das setzen wir auch aktuell jetzt bei den Turgstagen ein. Das war natürlich auch der Grund dazu. Das besprechen wir in wenigen Minuten. Erstmal ganz kurz über mich. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich studiere gerade im Master an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und zwar Informatik. Ja, man kennt mich unter anderem durch den YouTube-Kanal. Linux Guides heißt er. Und genau, da gibt es seit einiger Zeit auch relativ viele Videos. Ich bin auch Organisator der Turgstage, habe auch schon das ein oder andere Open-Source-Projekt gestartet. Mehr oder weniger erfolgreich, das ein oder andere. Und jetzt eben auch das Event-Management-System, was ich jetzt im Sommer ins Leben gerufen habe. Genau. Erstmal zum, ja, hier erstmal eine Webseite dazu. Es gibt auch eine offizielle Webseite. Kann man sich auch dann nach dem Vortrag anschauen oder auch währenddessen. Das ist die Seite, hier sind wir, Event-Management-System.org. Findet man in der Vortragsbeschreibung ganz einfach. Oder, ja, man gibt einfach die Adresse hier ein. Dort findet man auch nochmal alles Wichtige. Aber ich würde sagen, lasst uns mal weiterkommen. Und zwar erstmal zu einem Projekt-Eckdaten. Das Projekt ist natürlich Open-Source, wurde unter der GPL 3.0 veröffentlicht. Ist somit natürlich auch freie Software und kostenlos zu nutzen für jedermann. Das Ganze wird über GitHub organisiert. Ein ganz einfaches GitHub-Verzeichnis gibt es auch hier. Hier gibt es auch nochmal verschiedene Anleitungen, wie man das am besten ausführen kann. Es gibt sogar eine Video-Anleitung. Da werden wir auch nochmal später kurz drauf kommen. Das ist sehr, sehr einfach aufzusetzen. Aber trotzdem, wenn man da weiterprogrammieren möchte, beziehungsweise beitragen möchte, dann, ja, ist hier auch so eine kleine Anleitung. Wiki ist noch drin, ein Projekt-Board ist drin natürlich. Und wenn sie es anbietet, auch tatsächlich Diskussionen. Also ein kleines Forum, wenn wir so wollen. Als verwendete Technologie habe ich hauptsächlich natürlich Django verwendet. Django ist ein Web-Framework zu Python. Und das habe ich in der Kombination mit Bootstrap verwendet. Das sind jetzt natürlich die Technologien, die am Ende Bootstrap und Django verwenden. Sagen wir es mal, die hier ungefähr, also ganz normal HTML, CSS, ganz, ganz wenig JavaScript, wirklich nicht allzu viel. Dann einmal das Ganze ist in Docker gepackt, dass man das relativ einfach auf jedem Rechner ausführen kann und auch relativ einfach aktualisieren kann auf neue Versionen. Und als Datenpunk-Technologie ist gerade noch SQLite verwendet, weil bis jetzt sind das noch gar nicht so viele Daten in dem Projekt. Auch wenn man auch etwas größere Events damit organisiert, das geht noch absolut klar. Da muss man jetzt noch nicht die Geschütze groß auffahren. Wenn das dann aber nötig ist, kann man das auch relativ einfach dann erreichen. Ja, die aktuelle Version ist die Version 0.1.0. Das heißt, wir sind natürlich auch noch ganz am Anfang. Klar, das Projekt ist natürlich auch relativ frisch. Anfang Oktober kam jetzt hier die Version 0.1.0 raus. Generell kann man aber eigentlich ohne Probleme den aktuellen Master-Branch dann hier als Grundlage nehmen, wenn man sich das Ganze mal anschauen möchte. Das zeige ich euch natürlich nochmal gleich. Es ist gerade aktiv auch in Entwicklung. Also das heißt, es ist nicht geplant, da jetzt einmal eine Version rauszubringen und das verrotten zu lassen, sondern da jetzt tatsächlich nochmal mehr Arbeitsaufwand reinzustecken in den nächsten Wochen und Monaten und da tatsächlich vielleicht auch eine coole Alternative zu den bestehenden Projekten zu geben, welches es tatsächlich so in dieser Form noch gar nicht gibt. Also von daher schließen wir damit vielleicht auch eine kleine Lücke. Mal je nachdem, wie das Projekt eben ankommt, auch außerhalb der Tux-Tage. Denn das ist das Ziel. Wir wollen nicht unbedingt nur die Tux-Tage mit dem Projekt versorgen, sondern auch andere. Und dann kann man sich ja, sage ich mal so, gemeinsam zusammenschließen. Genau, Webseite habe ich schon genannt. Auf dem Eventmanagementsystem.org findet man alles Weitere. Was ist das Konzept von dem Ding? Was soll das ungefähr erstmal können? Was kann es momentan? Also erstmal wichtig ist, man soll Summits verwalten können, Konferenzen oder auch Seminartage beispielsweise mit dem Team und Präsentatoren. Das heißt, Präsentatoren können auch selber ihre Vorträge eintragen, können die auch selber aktualisieren und so weiter, ohne dass dann da nochmal jemand, ich sage mal, irgendwas nochmal aktualisieren oder übertragen muss. Das funktioniert dann alles Hand in Hand. Aber ansonsten sollen auch Räume verwaltet werden können, Events von sich aus auch. Das heißt, wenn man dann ein Folge-Event im Jahr drauf hat oder beispielsweise mehrere Events auf dem Eventmanagementsystem selber ausführen möchte, dann ist das auch absolut gar kein Problem. Also das ist da auch nochmal schön getrennt. Und genau, wie schon genannt, in der Call-for-Papers-Phase kann man einstellen, wenn man möchte und man kann auch relativ einfach durch Massen-E-Mails kommunizieren, was dann tatsächlich auch die Informationsweitergabe sehr, sehr einfach gestaltet. Genau. Ansonsten, was auch wichtig ist, ich möchte nicht ein Programm haben, was man erstmal auf jedem Rechner installieren muss und dann vielleicht irgendwie über eine lokale Datei synchronisieren muss. Das wäre beispielsweise bei LibroOffice-Base der Fall gewesen. In der Regel wollte man nicht. Und von daher haben wir das einfach mal relativ modern als Web-App gemacht. Und auch wichtig, ein minimalistisches, zeitloses Design. Wenn wir uns hier den Einloggen-Screen anschauen, also da passiert jetzt natürlich auch nicht viel, ist aber auch genauso gewollt. Das Tool soll hauptsächlich zum Verwalten sein, nicht unbedingt ein Augenschmaus. Es soll nicht ganz hässlich aussehen. Ich hoffe, das tut es auch nicht. Und ja, wir schauen uns das natürlich gleich auch nochmal von innen an. Genau. Vielleicht auch nochmal die Frage, warum wurde dieses Projekt ins Leben gerufen? Also generell haben wir verschiedene Tools ausprobiert für die TUX-Tage selber, zur Organisation von der Verwaltung, zu Vorträgen hauptsächlich tatsächlich. Und später vielleicht kommen auch nochmal Sponsoren dazu. Die Verwaltung von den Sponsoren ist jetzt momentan noch ein bisschen ausgeklammert. Da haben wir verschiedene Systeme probiert. LibreOffice Base haben wir mal probiert. Am Ende hat das uns aber in der Hinsicht nicht getaugt von den Massen-E-Mails. Da gab es zwar irgendwas, hat nicht so super funktioniert. Außerdem ist die Datenbankstruktur dort auch relativ beschränkt und die Formulare sind sehr auch komisch gebaut und die Verwaltung funktioniert einfach. Mein, also für unseren Geschmack auch einfach nicht so gut. Da wollten wir ja dann doch lieber etwas selber bauen. SWEET, CRM, ist auch nochmal eine gute Alternative. Ist ein ganz normales Customer Relationship Modeling System, ich hoffe, oder Management System. Ich hoffe, ich habe die Abkürzung hier richtig drauf. Das ist auch erstmal Open Source. Da gibt es auch viele offizielle Konnektoren dazu. Generell haben wir damit tatsächlich die TUX-Tage 2020 beispielsweise organisiert. Und das war generell okay, nachdem man da sein eigenes Modul gebaut hat. Aber dann hat irgendwann die Modularität, also die Erweiterung auch gefehlt. Und tatsächlich waren wir da in einem zu engen Korsett auch geschnitten. Und Aktualisierungen waren mit SWEET, CRM, auch sowieso gar nicht so einfach. Und irgendwie war das für uns dann doch zu klobig, dass wir da gesagt haben, okay, gut, damit wollen wir wirklich auch langfristig weiterarbeiten. Es geht ja nicht um das nächste Jahr, sondern es geht ja langfristig darum. Und dann haben wir uns gesagt, nee, dann schauen wir, dass wir da tatsächlich selber etwas machen. In der Kombination der Features ist unser Eventmanagement System momentan einzigartig. Und wir planen das natürlich auch auszubauen von den Features her. Da kommen wir auch nochmal später dazu. Da gibt es doch noch einige Möglichkeiten, wie man das erweitern kann. Außerdem habe ich ein Sommerprojekt mir gesichert. Das ist eigentlich auch ganz nett. Ich habe das Sommerloch ein bisschen damit gefüllt. Django gelernt tatsächlich. Habe ich zuvor immer mal so ein bisschen verwendet. Jetzt meine erste richtige Web-App dazu geschrieben in Django. Und genau, von daher auch wieder einiges dazugelernt. Und genau, das Tool war, wie schon gesagt, anfangs auf die Tux-Tage zugeschnitten. Und habe ich auch eigentlich nur für die Tux-Tage am Anfang entwickelt. Hat sich aber währenddessen herausgestellt, eigentlich macht das viel mehr Sinn, das relativ generisch zu halten. Und dann auch noch für andere Veranstaltungen beispielsweise anzuwenden. Genau. Ja, also, kommen wir mal zu den Features. Und dann zeigen wir euch doch einfach mal hier das Event-Management-System. Ich logge mich hier mal ein. Das ist der John Doe at example.com. Das ist jetzt hier natürlich eine Testinstanz. Ich könnte euch natürlich auch das richtige Event-Management-System gerade live zeigen. Das ist auf ems-tux-tage.de. Aber, ja, ich bin hier auch sogar richtig angemeldet. Aber, ja, da sind natürlich viele private Infos und so weiter und E-Mail-Adressen. Deswegen zeige ich euch hier das Ganze auf einer Testinstanz. Das läuft bei mir lokal momentan im Entwicklungsmodus. Und generell, ja, wenn irgendein Fehler geschehen würde, würden wir jetzt eine Fehlermeldung sehen. Ansonsten ist das auch sehr, sehr einfach dann eingedockert. Da kommen wir dann auch noch mal später dazu. Wenn man das nicht eingedockert haben möchte, kann man es auch selber natürlich bauen. Das ist jetzt auch tatsächlich auch gar nicht so viel abhängig von anderen Modulen oder, ich sag mal, irgendwelchen anderen Bibliotheken, sodass das eigentlich auch relativ eigenständig überall laufen kann. Also, da habe ich mich auch drauf geachtet, dass man da jetzt hier keine Integrationshölle hat. So, ich gebe mal schnell das Passwort ein. Und natürlich kann man auch sein Passwort zurücksetzen, wenn man sein Passwort vergessen hat. Oder sich natürlich auch neu registrieren. Ich melde mich jetzt hier mal als der Administrator an. Und genau, da wären wir. Also, das sind jetzt hier natürlich nur Testdaten. Und generell ist die App tatsächlich sehr minimalistisch gehalten, wie ich auch schon vorgestellt habe. Wir haben hier oben eine kleine Leiste. Hier rechts oben unseren Benutzer. Wir können mal kurz unser Benutzerprofil bearbeiten. Ihr seht, das Profil ist momentan noch nicht so groß. Da soll in der Zukunft auch noch ein bisschen mehr hinzukommen. Beispielsweise ein Profilfoto, eine kleine Vita und vielleicht was es sonst noch so gibt. Genau, das wäre es dazu. Man kann natürlich auch das Passwort ändern, wenn man möchte. Und sich natürlich auch wieder ausloggen. Aber ich würde sagen, lasst uns doch mal einfach von vorne bis hinten durchgehen und vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Präsentation mit beachten. So, also, wir können einmal Vorträge erstellen und Präsentatoren und Organisatoren, also durch Präsentatoren und Organisatoren bearbeiten. Also, wir haben hier verschiedene Benutzer. Die haben sich hier alle registriert, sind hier natürlich jetzt alles, ich sage mal, Beispielnutzer. Und jetzt kann entweder ein Beispielnutzer einen eigenen Vortrag erstellen. Wisst ihr was, das machen wir einfach mal kurz. Ich öffne mal ein neues privates Fenster. Da haben wir es. So, ich habe mich jetzt eingeloggt und das ist jetzt die Ansicht von einem Benutzer. Da ist jetzt tatsächlich weniger. Wir haben jetzt hier nur meine Vorträge und ich könnte jetzt hier einen neuen Vortrag einreichen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich klicke hier auf Einreichen. Dann muss ich das Event auswählen, zu dem ich das einreichen möchte. Das heißt, man kann auch theoretisch mehrere Call for Papers parallel laufen lassen. In dem Fall wähle ich jetzt aber hier ganz normal die, in dem Fall futuristischen Turkish Target 2040 aus. Mal schauen, ob es sie bis dahin noch gibt. So, also, ich kann hier natürlich jetzt einen schönen Titel eintragen. Ich nehme jetzt hier einfach mal beispielsweise irgendwelche Beispielwerte, die hier schon mal eingetragen wurden. Test, Test. Ich kann jetzt hier einmal die Zielgruppe definieren. Für wen ist dieser Vortrag gedacht? Beispielsweise, okay, das ist vielleicht doch schon etwas für die, ich sage mal, Fortgeschritteneren, beziehungsweise die Linux oder, ich sage mal, in dem Thema jetzt in dem Fall, in dem Fall wäre es sogar Linux, schon so ein bisschen mit drin sind. Dann sollte man noch eintragen, warum man für den Vortrag qualifiziert ist. Weil, na, schau mal. Ich seit über einem Jahr begeisterter MX-Nutzer bin. Ist komplett egal. Ist ja nur zum zeigen. Ich kann hier einen Präsentationsstil, einen bevorzugten Präsentationsstil auswählen, ob ich das live oder als Aufzeichnung haben möchte. Dann kann ich einstellen möchten, sollen Fragen während des Vortrags gestellt werden, dürfen Fragen nach dem Vortrag gestellt werden. Die minimale Vortragslänge, also wie viel ich mindestens halten möchte, wie viel ich maximal halten kann oder möchte. Und dann nochmal zusätzliche Informationen, beispielsweise. Und dann nochmal die vortragsbezogene Webseite. Das würde dann auch im Programm eingezeigt werden. Beispielsweise nehme ich jetzt hier einmal die Seite linuxguides.de. Dann kann ich hier sagen, okay, ich bin zu diesen Zeitslots verfügbar. Diese Zeitslots kann man anscheinend, wie ihr es seht, auch selber definieren. Das kann ich mal zeigen. Das kann ich hier unter Events machen. Und dann sehe ich hier mein Event. Gehe hier mal auf das Bearbeiten-Symbol. Und dann kann ich hier zu den Zeitslots kommen. Und jetzt kann ich hier verschiedene Zeitslots auswählen. Jetzt haben wir hier Samstag, Sonntag. Und ich habe wohl mal einen Test gemacht. Kann ich beispielsweise auch löschen. Können das natürlich auch nochmal Montag hinzufügen. Natürlich geht das gerade nicht, wenn ich jetzt nochmal die andere Seite neu lade. Dann würden die Module hier gerade nicht mehr, ich sage mal, aktualisiert werden und dann nochmal eingetragen werden. Aber ja, wenn ich jetzt die Seite nochmal neu laden würde, das Formel 1 nochmal neu öffnen würde, wären da auch nur noch diese zwei Häkchen drin. Aber ich sage jetzt in dem Fall, okay, ich bin am Samstag verfügbar. Und das Gute ist, ich kann auch eigene Fragen definieren. Das heißt, wenn ich jetzt für mein Event dann doch nochmal eigene Fragen, spezielle Sachen habe, beispielsweise für die Tux-Tage haben wir die Frage gehabt, hey, ich könnte mir vorstellen, den Vortrag im Metaverse zu halten. Dann konnte man hier eine Checkbox anmachen. Und ich meine, es waren auch eins, zwei andere Fragen. Kann entweder eine Textfrage sein oder eine Zustimmungsfrage. Genau, das kann man auch alles dann einstellen unter individuelle Fragen. Sehen wir hier dann tatsächlich auch, ich kann hier den Typ auswählen und kann hier dann den Fragentext eintragen. Kann natürlich hier auch die Sachen löschen. Und dann kann ich auch zu Fragenaktivierung kommen. Wenn ich jetzt beispielsweise mag, okay, gut, dürfen Fragen während des Vortrags gestellt werden. Das möchte ich nicht in diesem Formular drin haben als Veranstalter. Das interessiert mich nicht. Oder ich bin für den Vortrag qualifiziert, weil, interessiert mich auch nicht. Dann kann ich hier bei der Fragenaktivierung dann die jeweiligen einzelnen Fragen einstellen. Und dann kann ich hier beispielsweise auch dann durch die Checkboxen dann auch bestimmen, okay, gut, was soll jetzt angezeigt werden oder was soll jetzt eben in dem Fall nicht angezeigt werden. Genau, das wäre es soweit dazu gewesen. Ich wähle jetzt am Ende einfach mal einreichen aus. Das sollte soweit passen. Aber wir brauchen noch eine minimale Vortragslänge. Manche Felder kann man leer lassen, manche nicht. In dem Fall sage ich jetzt mal 10 Minuten und beispielsweise mal 30 Minuten maximal und wähle einreichen aus. Super. Einreichen des Vortrags war erfolgreich. Dann können wir hier zurück zur Übersicht gehen. Perfekt. Mein Vortrag hier, Talk, Alter der Dino Community, wurde jetzt eingetragen. Und dann kann ich jetzt hier einmal in meinem, als Administrator hier auf die Vorträge gehen und finde dann hier auch direkt den Talk, den ich jetzt hier gerade eingetragen habe und kann mir einmal anzeigen lassen, was ich hier eingetragen habe und kann hier als Administrator auch nochmal ein bisschen mehr einstellen beziehungsweise dann sehen. Denn wir haben einmal eine Ansicht für den Vortragenden, was für, ja, was für den eben relevant ist. Dann, wenn es dann aber auch wirklich um, ich sag mal, das Scheduling geht beziehungsweise wer beispielsweise auch der Helfer für diejenige Person ist. Gerade haben wir leider keinen Helfer im System. Wäre dann ja einfach auch eine E-Mail-Adresse, die hier eingetragen wäre. Wir können auch nochmal den Präsentator nachträglich ändern beispielsweise. Oder wir können natürlich auch selber nochmal Sachen vornehmen. Beispielsweise können wir hier auch nochmal die Zielgruppe ändern. Wenn jetzt beispielsweise wir im gemeinsamen Gespräch gerade mit dem Vortragenden merken, hey, ich möchte das eigentlich so oder so haben, dann muss der das nicht selber ändern. Wir können das auch für den ändern. Können auch die beispielsweise dann die Helfer dann machen. Also da muss dann auch nicht der Organisator ran. Und dann kann man hier später dann auch nochmal einstellen, okay, gut, was für zusätzliche Felder gibt es hier. Beispielsweise in welchem Raum soll der Vortrag dann gehalten werden. Beispielsweise im Raum A. In dem Fall natürlich hier können wir natürlich auch nochmal ganz eigene Räume dann bearbeiten beziehungsweise erstellen. In dem Fall habe ich nur zwei Räume erstellt. Je nachdem, wie viele Räume hier erstellt sind, kann man dann auch im Stundenplan beziehungsweise im Programmplan dann auch jeweils die Räume dann aufgelistet sehen. Und genau, dann können wir hier noch den geplanten Beginn einstellen. Und jetzt kann man hier ein Datum einrichten. Das ist jetzt hier ein Datumselektor, beispielsweise das ist jetzt dann beispielsweise am 26. November. Und dann kann ich hier noch die Uhrzeit auswählen. In dem Fall wähle ich jetzt einfach mal beispielsweise 11.30 Uhr aus. So, perfekt. Genau. Dann kann ich hier noch die Vortragslänge auswählen. Okay, gut, er hat angegeben zwischen 10 und 30 Minuten, meinst glaube ich. Und dann kann ich jetzt hier beispielsweise 25 eingeben. Kann den geplanten Vortragsstil auswählen. Also beispielsweise, ob er jetzt das live halten möchte oder aufgezeichnet. Und dann kann ich das hier dann dementsprechend einstellen. Weitere private Notizen, die kann der Vortragende nicht sehen. Das heißt, wenn ich als Team etwas eintragen möchte für das Team, beispielsweise einen technischen Hinweis oder so, dann ist das hier unser Feld. Und dann können wir hier auch noch mal den Link zum Material eintragen. In dem Fall kann das der Vortragende nicht machen. Haben wir jetzt so uns in dem Fall so entschieden. Kann man natürlich auch später durch Richtlinien auch noch mal ändern, beispielsweise. Und auch den Link zur Aufzeichnung, den kann auch nicht der Vortragende eintragen. Das machen wir dann als Team. Und dann erscheint das uns später im Programm als Button. Und dann kann man hier auch sehen, okay, der Vortragende hat ausgewählt. Gut, ich bin zu diesem Zeitsort verfügbar. Und dann hier auch noch mal die Custom Questions. Und dann kann ich das hier abspeichern. Und dann können wir hier natürlich auch Vorträge beenden. Ich glaube, das war jetzt sehr, sehr ausführlich gezeigt. Ungefähr, wie das funktioniert. Zugegeben, diese Vortragsverwaltung ist noch teilweise etwas rudimentär. Was beispielsweise auf jeden Fall noch kommen wird, ist noch mal eine Sortierung der Fragen. Die sind manchmal noch mal etwas durchgewürfelt oder scheinen etwas durchgewürfelt. Da ist schon in gewisser Weise ein System hinter. Hat auch teilweise technische Gegebenheiten. Aber generell wollen wir das auch noch mal angehen, dass dann auch tatsächlich der Veranstalter auch selber entscheiden kann, okay, wann möchte ich jetzt welches Feld haben. Natürlich, das ist uns auch noch mal sehr, sehr wichtig. Genau. Wir haben ein Rollenmanagement. Habe ich, glaube ich, ganz, ganz kurz immer ausgewählt. Hier bei den Nutzern können wir hier einmal noch mal die Rolle ändern. Beispielsweise, wenn jetzt hier der Jakob Ferreira eigentlich gar kein Vortragender ist, sondern beispielsweise ein Helfer. Dann kann ich hier unter Rolle dann das auch noch mal einstellen, was der jeweils halt dann eben auch noch ist. Weiter geht es mit der Benutzerregelung. Haben wir gehabt. Ausblenden vorhanden Felder haben wir auch soweit. Genau. Massenemail haben wir auch tatsächlich. Das ist eigentlich auch noch mal eines der, ich sag mal, schönsten Features auch für das Tool, was das auch noch mal sehr, sehr stark macht. Wir können hier eine Mail erstellen. Wir können hier einen Text reinschreiben. Hallo, hallo. Wir können der E-Mail einen Namen geben, wie sie in unserer Liste erscheint. Beispielsweise Einladung zum Vorabgespräch. Dann können wir hier einen Betreff eingeben. Ihr Vortrag bei den, ne? Ich könnte jetzt hier bei den Tux-Tagen 2022 schreiben. Ich kann hier aber auch eine Variable einfügen. Hier einmal habe ich eine Legende drin. Und jetzt kann ich hier einmal das Event-Punkt Name einfügen. Bei, ja, könnte ich dann auch so eintragen. Und dann würde das später übersetzen. In dem Fall, je nachdem, in welchem Event ich mich gerade befinde, würde das dann halt eben dann halt auch, ich sag mal, dann zu dem jeweiligen Event übersetzt werden. Und dann können wir hier beispielsweise auch noch mal irgendeinen schönen Text eingeben. Hallo. Können wir jetzt beispielsweise auch den Namen eingeben. Beispielsweise hier unter Benutzer. Einmal User-Punkt First Name können wir hier eintragen. Und nochmal ein User-Punkt Last Name. Ich kopiere mir das hier ganz einfach raus aus der Legende. Ist dann ein Dollarzeichen. Und dann nochmal eine bestimmte, genau, ein bestimmter Code in dem Fall, der dann später übersetzt wird. Das funktioniert tatsächlich auch relativ automatisch. Da haben wir uns dann auch im, ich meine, da habe ich mich eigentlich auch in der Programmierung dann schon darauf committet, in Anführungszeichen, dass wenn ich jetzt hier nochmal eigene Felder hinzufüge, dass ich das hier auch nicht nochmal manuell alles machen muss. Das funktioniert tatsächlich weitestgehend automatisch und auch adaptiv tatsächlich. Genau. Und können wir natürlich zum Raum nochmal Infos geben, zum Vortrag selber, wann der Vortrag stattfinden soll und so weiter. Da wird auch die Präsentationstime, das Datum auch nochmal schön angezeigt. Nicht in unserem Modus, wie wir das vorhin gesehen haben, mit diesen Bindestrichen nur, sondern das wird auch schön übersetzt und so weiter. Die Mail sieht am Ende tatsächlich dann auch sehr, sehr, ich sage mal, anschaulich aus am Ende. Und können wir einfach mal auf Erstellen drücken. Und dann kann ich diese Mails auch verschicken. Beispielsweise kann ich das jetzt benutzerspezifisch verschicken. Dann würden die Event-Variaten und so weiter erst mal nicht übersetzt werden, weil wir halt eben kein Event bezüglich diesen Benutzern referenziert haben, sondern wirklich nur die Benutzer. Das kann man für Team-E-Mails beispielsweise verwenden. Oder wenn ich jetzt aber auf Events gehe und auf Vorträge, dann kann ich hier eben auch alle Massen-Mail-Vorträge auswählen. Jetzt kann ich hier vortragsbezogen auswählen, kann ich aber auch alle direkt auswählen und sagen, hey, ich möchte einmal die Einladung zum Vorabgespräch schicken und zwar an den Präsentator und nicht an den Helfer beispielsweise. Also ich könnte auch beispielsweise an den Helfer dann schicken. Genau, das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und das Ganze funktioniert dann über ein Mail-Relay. Das heißt, man gibt einfach ganz normal wie in einem Mail-Programm dann seine E-Mail-Daten an bei der Erstellung oder bei der Einrichtung des Event-Management-Systems und dann funktioniert das auch wirklich problemlos und hat auch bei uns wirklich in der Vergangenheit, jetzt auch hier in dem ersten natürlich realen Test, auch super funktioniert. Hatten da auch gar keine Probleme. Und genau. Es empfiehlt sich tatsächlich dort, tatsächlich die normale E-Mail-Adresse, unter der man auch erreichbar ist, zu verwenden als Postausgangsserver. Also bei uns wäre das kontakt-at-tugstage.de, haben wir auch so direkt gemacht, weil dann konnten die Leute einfach direkt auf uns sozusagen antworten. Wir haben auch nochmal gesehen, okay, welche Mails gingen dann auch wirklich raus, beziehungsweise wenn eine Mail zurückkam, den Fall hatten wir auch dieses Mal, dann haben wir das auch dann direkt mitbekommen. Also von daher empfiehlt sich das im momentanen Zeitpunkt auch zu einer Mail machen, die man, zu einem Mail-Postfach zu machen, dass man auch nochmal so im Blick hat und nicht nur eine No-Reply-E-Mail hat. Je nachdem kann man natürlich dann auch nochmal anpassen. Neben den Massen-E-Mails haben wir auch einen Datenexport. Man kann also auch ganz einfach über, ganz einfach dann die kompletten Events als CSV-Datei exportieren. Dann sind da auch alle Felder drin und dann kann man das auch für andere Programme oder Daten, ich sag mal, Verwaltungstools dann auch nochmal ganz einfach importieren und dann mit diesen Daten auch noch Spaß haben. Das war uns auch ganz wichtig, dass man da auch Interoperabilität schafft. Genau. Wir haben ein öffentlich generiertes Programm. Das ist eigentlich auch so eines der Highlights. Um ehrlich zu sein, ich bin persönlich noch nicht so zu 100% zufrieden mit, wie das Programm dann aussieht. Also generell wollen wir es natürlich auch langfristig in die Webseite einbinden. Und ja, jetzt haben wir hier das Programm. Das Schöne ist, wenn man hier einmal auf eine Kachel draufklickt, beispielsweise jetzt hier einmal den Talk altert die Linux Community. Dann haben wir hier einmal eine Beschreibung. Wir haben auch nochmal den Titel, wer jetzt hier alles teilnimmt. In dem Fall sind es verschiedene Teilnehmer. Aber beispielsweise auch jetzt der Vortrag, der gerade läuft, hat man hier dann auch tatsächlich, wenn man dann halt auch in diese Felder einträgt, beispielsweise Webseite oder Materialaufzeichnung, dann erscheinen hier dann auch die Buttons, wo man dann halt ganz einfach als Vortragender auch direkt draufklicken kann, nie als Zuschauer draufklicken kann und dann da auch nochmal weitere Informationen bekommt. Man kann hier auch HTML einbinden tatsächlich. Man kann hier auch HTML-Banner in Anführungszeichen einbinden, Listen und so weiter. Und dann wird das eigentlich auch schön auch im Webbrowser gerendert. Und von daher kann man sich ja doch dann relativ nett das Ganze anschauen, bleibt trotzdem auf der Seite und hat dann hier unserer oder also meiner Ansicht nach auch einen ganz guten Kompromiss gefunden zwischen Übersichtlichkeit, aber dann tatsächlich auch in gewisser Weise Nutzbarkeit. Genau. Das Ganze wird tatsächlich automatisch generiert, wenn ich einmal das Datum eingetragen habe, wann das gehalten wird. Es wird geschaut, okay, was für, also erstmal pro Event, welche Vorträge habe ich insgesamt, an welchen Tagen finden diese Vorträge statt, in welchen Räumen und dann natürlich auch zu welcher Zeit. Was jetzt hier in dem Fall natürlich noch fehlt, ist, dass wir hier noch keinen richtigen Stundenplan-Layout haben. Das heißt, wir haben hier einfach nur eine Liste, die dann einfach pro Raum dann halt eben und Uhrzeit halt dann auch anzeigt, welcher Vortrag gerade ist. Das heißt, 11.05 Uhr beginnt jetzt nicht mit dem 11.05 Uhr Vortrag hier. Im besten Fall wäre das ein bisschen weiter unten. Das haben wir jetzt tatsächlich so für die Tux-Tage erstmal noch nicht geschafft. Das wird aber langfristig noch kommen. Im nächsten Jahr werden wir das sicher haben, dass wir dann hier auch ein besseres Stundenplan-Layout haben. In dem Fall haben wir aber auch da das große Problem, dass wir uns nicht beschränken, okay, auf jede Stunde kann halt eben Vortrag in so Stunden-Slots, sondern man kann das eigentlich minutengenau einstellen. Und das muss man dann halt auch später auch über reines HTML halt können. Das ist jedenfalls unsere Zielsetzung, dass wir da eigentlich mit relativ einfachen Mitteln das dann doch gut auch lesbar für die Browser schaffen und auch tatsächlich relativ leichtgewichtig. Also so ein Browser, so ein Fenster zu rendern, ich glaube, das braucht jetzt nicht unbedingt viel Rechenpower. Ja, spart natürlich an beiden Seiten und meistens braucht man es eigentlich auch nicht. Aber generell soll auch langfristig hier vielleicht noch mal ein bisschen Farbe dazukommen, wenn man halt eben möchte als Veranstalter. Genau, das wäre es jetzt erstmal ganz, ganz grob zu den Features. Habe ich noch irgendwas vergessen? HTML-Unterstützung für Vortragsbeschreibung? Habe ich kurz erklärt. Genau, das Ding ist sehr, sehr einfach und schnell aufgesetzt. Ich habe darüber auch ein Tutorial-Video gemacht. Zeige ich nochmal später. Ich glaube, das Tutorial-Video geht sechs oder sieben Minuten, weil ich da auch relativ detailliert erkläre. Aber man selber ist da eigentlich in drei, vier Minuten wirklich komplett durch. Das ist die schöne Sache. Und tatsächlich, wir haben auch schon Sprachunterstützung. Sprachunterstützung, also es gibt momentan natürlich auch eine deutsche Übersetzung. Ansonsten ist das Programm standmäßig in Englisch. Das erkennt auch automatisch anhand des Browsers. Okay, gut, wo sind wir gerade drin? Natürlich auch Sicherheitsfeatures sind gegeben. Also auch der Login, auch das Login und eben auch Ausloggen und so weiter funktionieren sehr gut. Und auch die rechte, genau, Verwaltung da drin ist eigentlich tatsächlich auch mittlerweile ziemlich wasserdicht, dass man da auch nicht ungewollt an Daten rankommt. Das haben wir tatsächlich sehr Django zu verdanken. Django bringt da schon viel von Haus aus mit. Man muss sich ein bisschen damit arrangieren, wie das funktioniert. Wenn man das einmal verstanden hat, funktioniert das tatsächlich sehr, sehr, ich sage mal, straight forward. So, kommen wir zu den Features. Ich habe ja schon ein paar angekündigt, was jetzt eigentlich noch geschehen soll oder was noch dazukommen soll. Wir wollen erst mal, was natürlich danach den Tux-Tagen irgendwann stattfinden wird, das Kopieren von Event-Einstellungen ermöglichen. Das heißt, dass man nicht die Time-Slots, also die Zeit-Slots nochmal neu definieren muss, dass man die Fragen nicht nochmal neu definieren muss, die speziellen Fragen, die man eben hinzugefügt hat oder auch die ausgeblendeten Fragen beispielsweise. Auch die Archivierungsfunktion für vergangene Events, dass die dann nur noch im Archiv angezeigt werden, dass man trotzdem noch darauf zu kann, aber beispielsweise auch die Vortragenden nichts mehr verändern können und so weiter. Weiter geht es mit der Thumbnail-Funktion. Bis jetzt sieht das Vortragsprogramm natürlich etwas, ja, noch etwas zu farblos aus. Mit ein paar Vortrags-Thumbnails wird das tatsächlich dann doch mal ein bisschen lebhafter. Das wird auf jeden Fall auch im nächsten Jahr nochmal dazukommen. Ein öffentliches Profil für Vortragende momentan, wenn beispielsweise jemand eine Firma hat, dann kann man da draufklicken. Man kann aktuell nicht draufklicken. Ich meine, irgendwo sollte man eigentlich draufklicken können. Kann sein, dass das hier gerade in einem Vortragsprogramm noch nicht angezeigt wird. Das würde dann auch tatsächlich nochmal so eine Sache sein, die wir nachliefern würden. Und genau, generell soll man halt dann auch nochmal ein bisschen mehr Infos zusagen, zu der vortragenden Person selber bekommen. Dann die Sortierung über Tabellen. Bis jetzt, wenn wir uns hier beispielsweise die Events hier anschauen und dann die Vorträge, sehen wir hier die Vorträge einfach chronologisch aufgezählt. Wir können hier noch nichts filtern. Wir können hier auch noch nicht das Ganze sortieren. Das Ganze ist eine ganz einfache HTML-Tabelle, die etwas angepasst ist. Da gibt es doch nochmal ein bisschen Luft nach oben. Genau, außerdem die Überarbeitung des Programmgenerators habe ich vorhin auch schon angesprochen und dann auch nochmal weiter in die Zukunft schauend. Tatsächlich, was ich mir vorstellen könnte für die Zukunft, ist ein vereinfachten Programmplaner mit integrierter Tabellenfunktion, dass man dann nicht, bis jetzt habe ich dann das so gemacht, dass ich das über CSV exportiert habe, in mein LibreOffice-Tabellenprogramm reingeschmissen habe und dort dann tatsächlich zeitlich die Slots geplant habe. Langfristig soll man das auch einfach so grafisch direkt in dem Tool selber können. Das wäre auf jeden Fall ein Feature, was ich mir sehr wünschen würde, was natürlich auch ein bisschen aufwendiger ist. Mal schauen, wie da meine Auslastung sein wird. Aber wenn ich da Auslastung dazu frei habe, dann wäre das auf jeden Fall ein großer Punkt, den ich auch angehen würde. Nachrichtenfunktion zwischen Teilnehmern. Bis jetzt haben wir nur die Massen-E-Mails, wo man dann später nochmal auf die E-Mails zurückgreift. Cooler wäre es eigentlich, wenn man dann eigentlich wirklich so eine kleine Nachrichtenfunktion eben, also könnte ich mir vorstellen, dass man hier dann nochmal ein kleines Chat-Symbol hat und dann hier seine Kontakte bzw. Nutzer sieht, beispielsweise bezüglich jedes Vortrags oder auch generell für einen Vortragenden, wo man einfach sieht, okay, gut, wie ist die Kommunikation da gerade. Vielleicht auch unter zwischen den verschiedenen Vortragenden. Außerdem, was für Seminartage auch langfristig auch cool wäre, ist eine Buchungsfunktion. Also, dass man auch einfach sagen kann, okay, gut, der Teilnehmer könnte auch beispielsweise dann einen Workshop buchen, wo nur zehn Plätze und so weiter frei sind. Und genau, das ist tatsächlich auch noch langfristig nochmal vorstellbar. Aber da geht es langsam dann auch in die Spekulation rein, was man da noch reinfügen kann. Generell, das Ganze ist ja generisch gehalten. Man kann da relativ viel noch zusammenbauen. Das Ganze ist auch jetzt auch gerade gar nicht so groß mit Abhängigkeiten bestückt. Also, das Einzige, was wir verwenden, ist Bootstrap und Django selber. Wir nutzen auch keine zusätzlichen Django-Module oder Django-Apps zusätzlich. Das ist wirklich reines Django, wenn wir so wollen, mit nur Bootstrap. Und das war's. Mehr ist das nicht. Und von daher sind wir da tatsächlich auch sehr losgelöst von irgendwie komischen Update-Politiken im Django-Universum selber. Und sind dann da eigentlich auch, ich sag mal, relativ basic unterwegs. Und haben genau auch das User-Management beispielsweise so gebaut, wie wir uns das so vorstellen. Und dass es am Ende auch ein bisschen einheitlich wirkt. Also, da ist noch viel zu machen. Bis jetzt, muss ich sagen, im Betrieb jetzt hier mit den Talkstagen hat das Tool tatsächlich sehr gut funktioniert. War sehr zuverlässig. Und ich hab tatsächlich schon währenddessen die Vortragenden auch Vorträge eingetragen haben und wir das System benutzt haben, auch immer stetig laufend verbessert, neue Versionen reingebracht. Beispielsweise die Übersetzungen kamen erst später rein. Das Layout wurde nochmal verändert. Beispielsweise auch die zusätzliche Fragenoption kam dann erst später rein und so weiter. Also, das hat wirklich alles wunderbar funktioniert. Und ja, soweit waren auch die meisten zufrieden und glücklich. Natürlich, der ein oder andere Fehler hat sich natürlich noch reingeschlichen. Das wurde jetzt aber doch ziemlich gut ausgemerzt. Aber ja, der ein oder andere Fehler ist wahrscheinlich noch drin. Das wird aber natürlich auch noch weiterhin verbessert. Und da sind wir auch sehr gerne für Feedback offen. Und wenn man auch natürlich möchte, mit Hilfe. Was ist, wenn man jetzt selber starten möchte? Das ist sehr, sehr einfach installiert und aufgesetzt. Man braucht einen Linux-Server mit Docker oder ein ganz normales Linux-Betriebssystem. Man braucht einen E-Mail-Account. Man kann da auch seinen eigenen E-Mail-Account erstmal nehmen. Also, das habe ich gemacht. Also, beispielsweise kann man dafür Gmail verwenden, Mailbox oder einen eigenen Mail-Server. Mit denen habe ich das schon alles getestet. Das funktioniert alles super. Also, da braucht man gar keine Angst haben, dass da irgendwie was vielleicht schief gehen sollte. Das geht alles super. Und dann auch nochmal, wenn man möchte, kann man das Ganze natürlich auch im Internet so direkt deployen, wenn man so möchte. Und dann bekommt man direkt sogar noch automatisches HTTPS mit. Dafür verwenden wir Caddy als Web-Server dazwischen. Und G-Unicorn ist, glaube ich, dann die ausführende Python-Instanz, die das dann, ich sage mal, wirklich in der Produktionsumgebung dann am Laufen hält. Ich habe auch ein Tutorial-Video dazu produziert. Auf Englisch kann man sich hier dann direkt anschauen auf der Startseite. Da haben wir es gut. Es geht 6 Minuten 9.30 Uhr und dort sieht man jetzt beispielsweise auch die Konfiguration von dem ganzen Tool. Mehr muss man auch nicht konfigurieren. Das ist ja einfach gehalten. Das hat man in 1 oder 2 Minuten dann auch erledigt. Also, wird auch sogar mit dem Gmail-Account gezeigt, dass man das eigentlich relativ einfach nachvollziehen kann. Also, von daher gerne mal auf die Webseite schauen. Eventmanagementsystem.org Und tatsächlich, falls ihr eine Veranstaltung kennt oder selber eine Veranstaltung mitorganisiert und an diesem System interessiert seid, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir unter Eventmanagementsystem.org oder einfach durch einen Kanal, wo man mich erreichen kann. Beispielsweise auch, ich glaube, ich habe den Link nirgendwo drauf. Nein. Wenn wir mal aufs Eventmanagementsystem gehen, finden wir ganz unten iProject by Jean-Franzel Vogelbacher. Das ist meine eigene Webseite und dort kann man mich auch kontaktieren, wenn man möchte. Und dann mit mir in Kontakt treten. Und wir suchen auf jeden Fall noch tatsächlich weitere Veranstaltungen und weitere Projekte, die wirklich Interesse an so einem Tool haben. Das muss auch noch nicht, ich sage mal, alle perfekten Features jetzt hier unterstützen. Er wird es wahrscheinlich auch noch nicht, aber wir möchten es auf jeden Fall weiterentwickeln und dann auch nochmal für andere Events zuschneiden, nochmal weiter generischer machen. Da liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor uns und da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn es da vielleicht dann doch noch das ein oder andere Projekt gibt, das sagt, okay, gut, wir springen mal auf den Zug auf und möchten da vielleicht unsere Tabellen einfach mal nach und nach in Rente schicken, beziehungsweise das alte Management-System. Schaut euch gerne die Seite eventmanagementsystem.org an, tretet gerne mit mir in Kontakt und probiert es auf jeden Fall sehr gerne aus. Ich kann es nur empfehlen und ich freue mich schon, wie das Tool in einem Jahr aussehen wird, wenn wir dann die Druckstage 20, 23 haben werden. Meine Güte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.